Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ein kurzes Versai im Einzelhaus gemacht und ich habe dich im Eingang auf dem Plakaten gesehen. Also Bill, eine wundervolle Kollektion und herzlichen Dank, dass ich auf jeden Fall deine Muse bin. Oder er gesagt, auf jeden Fall, das mag ich. Dankeschön auch an Thomas Kretschmann und das ganze Team. Ganz, ganz, ganz toll und schön hier. Auf jeden Fall tollen Bauch.